Servus liebe Bull of Warcraft Freunde, willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Dieses Video ist inspiriert von meiner Community, durch eine nette Unterhaltung, die ich eben gerade sogar hatte. Und da dachte ich mir, das ist ein gutes Thema eigentlich für ein Meinungsvideo. Und dementsprechend machen wir das auch an dieser Stelle. Wie immer gilt, ich bin gespannt oder ich lese auch sehr gerne eure Kommentare zu dem Thema. Und bevor es losgeht, noch ein kleiner Gruß an einmal Hepdan, der eben auch hier mich entdeckt hat, mit dem ich geschrieben habe. Grüße gehen raus, danke für den Support. Wer mich entdeckt, der wird auch immer mal in meine Videos aufgenommen. Und dazu Gruß an Han Teres. Der hat mich nämlich auf dieses Video aufmerksam gemacht. Oder was heißt aufmerksam gemacht? Die Konversation mit ihm hat mich auf das Thema aufmerksam gemacht. Sagen wir es so, wir haben in meiner Community miteinander geschrieben so ein bisschen. Und er ist halt gerade dabei, Mythisch Plus zu farben und so weiter und so fort. Und zum eigentlichen Thema, worum es geht in diesem Video ist, ich finde die Dinare, die verwirrenden Dinare des Kartells, eine sehr, sehr gute Ergänzung, die Blizzard da gemacht hat. Und ich würde mir mit diesem Video wünschen oder als Vorschlag einbringen, dass man dieses System auch in Zukunft beibehält und vielleicht sogar noch ein bisschen ausbauen könnte. Der Hintergrund ist, Han Teres jetzt in dem Fall farmt gerade ein Trinket aus den Eisendogs. Wenn ich mich recht entsinne, das liegt zwar gerade erst mal zwei, drei Minuten zurück, aber ich habe manchmal echt ein Gedächtnis wie ein Sieb. Das kann schon mal vorkommen, ja, bei aller Liebe. Ich glaube, wenn ich mich recht entsinne, müsste das dann bestimmt die Granate für ihn sein. Ich glaube, was anderes. Gibt es da noch was anderes für Hunter? Oder das Ding. Das könnte natürlich auch sein. Das könnte auch sein. I don't know. Aber auf jeden Fall, er farmt ein Trinket und hat jetzt über 100 Runs da drin gemacht, um ein Trinket zu bekommen. Und ich bin der Meinung, gute Trinkets, gute Items können ruhig selten sein, gerade bei Trinkets und Waffen. Also die müssen nicht sofort droppen. Ich meine, ich kenne das ganze Thema ja auch mit dem Quantum Device, also mit dem Quantengerät aus den Schattenlanden hier die andere Seite. Das Ding war ja eigentlich für Eule, egal ob Ventier oder sonst was, fast jedes Season extrem stark und ich musste es mir halt jedes Mal wieder farben. Da ging teilweise auch sehr, sehr viele Runs drauf in einer Inni, die ich nicht mag. Ich hatte zwar immer Glück und habe es spätestens, glaube ich, nach ein paar und 20 Runs bekommen oder so. Aber trotzdem, wenn du, weiß ich nicht, in eine Instanz gehst, die wie in dem Fall auch schon mal 40 Minuten dauern kann, und am Ende gehst du raus mit Null, das nervt mit der Zeit. Bin ich ganz ehrlich. Das hat auch nichts damit zu tun, dass man zu faul ist zum Farben. Aber irgendwann, denke ich, möchte man auch nach zig Stunden für seine Mühe in irgendeiner Form belohnt werden. Ansonsten fühlt es sich halt hart nach Arbeit an. Und deswegen finde ich das Konzept mit den verwirrenden Dinaren des Kartells ehrlich gesagt ziemlich nice. Als kurze vielleicht Einführungen für Leute, die erst wieder eingestiegen sind oder die das nicht kennen, Das hat Blizzard jetzt mit Season 4 reingebracht. Das sind diese drei Händler hier neben der großen Schatzkammer. Ihr bekommt die Quest dafür, wenn ihr das erste Mal in einen schicksalhaften Raid geht. Also die Dinger wandern ja gerade oder wechseln sich gerade ab. Alle Raids von Shadowlands sind abwechselnd mal verstärkt und mit Affixen geballert. Und da könnt ihr dann reingehen. Und mit der Quest müsst ihr erst 30, dann 15 und dann 5 verstärkte Bosse umlegen oder schicksalhafte Bosse. Und für den Abschluss jeder Quest bekommt ihr eine Münze. Und mit dieser Münze könnt ihr zu den Händlern gehen und euch für eure Klasse, für euren Spec, Trinkets und Waffen und Offense quasi kaufen. Also Items auf den wirklich Slots, die einen großen Unterschied machen können. Also die beiden Trinkets, ne das Trinket habe ich über die Münzen gekauft, die Waffe habe ich gekauft und das Buch ist mir so gedroppt, beziehungsweise war in der Vault. Die Dinger haben normal Item Level und wenn ihr dann HC oder Mythic raided, bekommt ihr so Chiffrin und mit den Teilen, wenn ihr davon genug habt, 20 Stück, könnt ihr dann ein Item immer aufwerten auf das jeweilige Niveau von Mythic oder HC. Ich persönlich finde das Ganze relativ gut gelöst. Also sie hätten theoretisch, ich glaube in der normalen Season hätten sie vielleicht die Anzahl an benötigten Boss-Kills noch ein bisschen nach oben geschraubt, weil jetzt insgesamt 50 Bosse, gut hat 5 IDs gebraucht, aber vielleicht kann man sagen, in der normalen Season wäre das immer noch zu fix, vielleicht dann 60 oder so. I don't know, ist mir auch letzten Endes wurscht, darum soll es jetzt noch nicht gehen. Aber de facto, du hast nicht sofort die Dinger vollgefarmt, sodass du jetzt sagen kannst, jetzt kann sich ja jeder seine Items aus dem Raid kaufen, das sackt ja hart. Nee, du musst es was für tun und du hast sie auch erstmal auf Normal bekommen. Also da kann sich eigentlich auch keiner drüber beschweren. Ich finde, das ist der Arbeit, die man reingesteckt hat, angemessen als Belohnung. Und das Schöne ist halt, gerade bei so Trinkets, die können halt sehr, sehr selten droppen oder bei der Waffe wie Antumbra, selbst wenn das Ding dann mal droppt, das wollten so ziemlich alle Caster aus unserem Raid haben. Am Ende prügelst du dich dann halt mit neun Leuten droben, außer es droppt für dich selber. Also es ist schon sehr, sehr selten, da dran zu kommen. Und dementsprechend fand ich die Option mit den Dinarien sehr, sehr nice, weil sie einfach eine Art der Bad Luck Protection waren, die ich ehrlich gesagt sogar besser fand als den Bonus Roll. Weil der Bonus Roll hat dir ja letzten Endes auch erstmal kein Item garantiert. Und zweitens, wenn du selbst ein Item gekriegt hast, war ja nicht gesagt, dass es nicht genau die Handgelenke sind, die du schon dreimal bekommen hast. Und so, du hast Arbeit investiert, du konntest dir am Ende was für holen, die Items, die du vielleicht sonst nie bekommen hast und hast du noch weiter Arbeit reingesteckt, konntest du die Sachen aufwerten. Das hat mir gut gefallen oder gefällt mir gut, das Konzept. Und finde ich eine gute Sache. Ich würde mir wünschen, dass das mit den Raids von Dragonflight auch wiederkommt. Von mir aus mach halt auch nur einen Dinar, für den du 50 Bosse legen musst oder so. Selbst das wäre für mich schon ein Fortschritt, weil du damit, wenn du, was ist denn mal ein Beispiel? Ich glaube, ich habe Keltusat Mythic, haben wir damals als Gilde 15, 16, 17 Mal gelegt, irgendwie so um den Dreh. Und der Stab beispielsweise, der bei ihm droppt, den wollten halt auch gefühlt alle Caster haben. Und am Ende, trotz dass wir ihn so oft gekillt haben, jedes Mal vier Leute Loot kriegen, plus die Chance auf der Vault, gab es noch immer zwei, drei Leute, die ihn nicht hatten. Auch nach sieben Monate, acht Monate raiden. Und das kann ich dann schon verstehen. Farben ja, aber wenn du merkst, ist es, ja, ne? Klar, man kann nicht alles haben im Leben, aber über diese Basis konntest du dir dann halt jetzt sagen, okay, ich kann mir das Item endlich holen, was ich genau haben will. Und wie gesagt, ich würde mir wünschen, dass das vielleicht zu den Rates wiederkommt. Und in dem Gespräch jetzt mit Hanteres kam mir so die Idee, oder dachte ich mir, warum das nicht eigentlich auch für Mythisch Plus? Man müsste das halt so einführen, dass sie a, begrenzt sind, also nicht, dass du dir 37 Dinare farmen kannst und deinen ganzen Trinkets hin und her swapst, wie du lustig bist, sondern, weiß nicht, sollte auch auf 2, 3 begrenzt werden. Und da könnte man sich ja dann auch überlegen, dass du eine verschiedene Anzahl entweder an Bossen aus Mythisch Plus Dungeons killen musst oder X Mythisch Plus Dungeons abschließen. Zum Beispiel sagen wir, schließe 10 oder 15 Mythisch Plus Dungeons ab und du bekommst den ersten Dinare und nach 30 abgeschlossenen bekommst du einen zweiten. Also Dinare ist jetzt der Platzhaltername, nenn es wie ihr wollt. Münze, Brosche, Stecknadel, was auch immer. Drachenperle, I don't know. Und am Ende kannst du damit dann auch wieder zu Händlern gehen und dir beispielsweise Waffen oder Trinkets aus den Mythisch Plus Instanzen kaufen. Also ich finde, es sollte auch auf diese Sachen beschränkt werden, Waffen, Trinkets. Die Sachen sind halt einfach am besten oder können den größten Unterschied machen und bei den anderen Sachen wie, weiß ich nicht, Handschuhe, Armschienen, da gibt es auch genug andere Alternativen. Aber fände ich cool. Weil letzten Endes, so musst du trotzdem was tun für dein Item. Du hast es nicht sofort. Du musst Zeit rein investieren. Und wer das nicht tut, kriegt die Sachen halt trotzdem nicht. Also das finde ich ganz nett. Plus du läufst nicht 150 Mal denselben Dungeon ohne Drop oder ohne genau das Item, was du haben willst. Weil ich glaube, das ist mit der Zeit relativ frustrierend. Also letzten Endes, schreibt gerne mal in die Kommentare, was würdet ihr davon halten? Findet ihr das gut? Findet ihr es nicht gut? Ich bin für alle Meinungen natürlich offen. Und damit, danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Video. Eingehauen. 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 Eingehauen.